Herzlich willkommen, liebe Motorradfreunde, zum Stromgespräch heute. Der Jens Kratzschmar, unser Online-Redakteur und Elektroexperte und ich, wir sprechen heute nicht über wunderbare Verbrennermotoren, die wir alle so oft fahren und lieben, sondern es geht heute um Elektromotorräder. Und der Jens, Jens, du warst beim, wie nennt sich das Festival? Du warst bei einem Elektromotorrad-Festival, darum geht es eigentlich heute. Erklär mal ein bisschen, worum geht es. Genau, ich war beim Reload Land, das muss man aufpassen, weil es gibt auch noch das Reload Festival, das ist halt eher hochtrabende Metallmusik. Aber das Reload Land, das ist tatsächlich ein, das ist das zweite Mal stattgefunden, das ist ein Festival oder ein Treffen nur für Elektromotorräder. Es war im Craftwerk in Berlin, ziemlich hippe Schrauberbude und da waren halt einfach eigentlich eine extrem schöne Mischung aus Herstellern, nämlich die in Anführungszeichen drei großen, also Energica, Zero und BMW mit dem C-04. Startups, Customizer und als schönen Kontrastpunkt ein Importeur, ein Verkäufer von allen möglichen chinesischen Elektrofahrzeugen und das im Prinzip in so, hat die komplette Bandbreite, wie sich der deutsche Markt gerade darstellt, irgendwie so ein bisschen abgedeckt und es gab ein paar tolle Sachen und es gab auch einen ziemlichen Scheiß und da würde ich jetzt gerne einen raushauen, so über den weiteren Nachmittag mit dir. Ja gut, vielleicht schieben wir den totalen Scheiß ein bisschen nach hinten. Den können wir nach hinten schieben, ja. Also den ersten Bruch sehe ich schon mal in der Location, ich war auch schon mal im Craftwerk und ich fand, das war so ein Ort, der irgendwie so ein bisschen, ja, Benzin im Blut vermittelt und angezogen hat. Ja, der ist benzolverpestet, das ist aber sehr, sehr schön. Passt dann dieses Elektrokonzept da überhaupt hin? Ich glaube, ja, eben genau wegen des Kontrastes, was mal nicht, also ich muss aufpassen, was ich sage, nicht das, was mal war mit dem, was kommt, sondern dass im Prinzip diese beiden Welten, wie wir gerade in irgendeiner Art und Weise uns urban mit dem Zweirad fortbewegen können, da eigentlich dastehen. Auf der einen Seite denkst du dir halt irgendwie, okay, da schraubt jetzt irgendwie jemand an seinen Zwei-Ventiler-Boxer und nebendran baut vielleicht einer irgendwie seine Zero oder seine Meta-Bike oder was, oder seine Breaker oder was auch immer, baut er nebendran um. Also ich mag genau diesen Kontrast eigentlich, der eigentlichen Kontrast und irgendwie ein Gegensatz ist, aber irgendwie da zusammengehört. Für mich hat das ja schön abends gesehen alles. Fehlt da dann nicht ohne den Verbrennungsmotor in diesem Customizing, in dieser Schrauberei, fehlt da nicht irgendwas oder kann das coexistieren einfach? Ich glaube, Customizing, und da bin ich ja auch ein bisschen verstrahlt von, hat jetzt primär nichts mit dem Antrieb zu tun, sondern im Prinzip das, was ich in einem Motorrad sehe und da erkenne und daraus das machen möchte. Und da ist es egal, ob das Ding mit dem Atomreaktor fährt oder mit einer Batterie geladen wird oder Diesel oder Wasserstofftank, keine Ahnung. Ich glaube, Custom hat nichts mit dem Antrieb zu tun, sondern mit dem Mindset. Ja, das werden, glaube ich, viele Leute supporten, aber wir fangen erst mal an ohne Custom. Ganz ohne Custom. Ganz ohne Custom. Fangen wir mal mit dem, ja, Brot und Butter kann man nicht sagen, aber mit den Big Playern im Elektro-Game an. Zero war da, Energica war da. Und BMW mit dem C-104. Und gut. Alles nichts Neues oder? Nö, tatsächlich nichts Neues. Wir sind, also ich bin alle drei schon, also ich bin Zero und BMW bin ich sehr viel gefahren im letzten Jahr. Die Energica bin ich jetzt zum ersten Mal gefahren. Und ich glaube, du bist ja bei Zero und bei Energica auch nicht mehr ganz unbeschleckt jetzt, nicht mehr ganz jungfräulich. Ja, da merkst du einfach, wenn eine Company da jetzt schon wie BMW entweder einen riesen Konzern hinten dran hat, der eine Technik hat, die einfach nur zweiräderig gemacht wird, oder einfach Energica und Zero, die seit 15 Jahren den Pionier-Status immer noch haben und jetzt einfach sich geschafft haben, sich am Markt etablieren, falsches Wort, nicht zu verschwinden, dass sie noch da sind mit einer, ja, immer noch sehr, sehr kontroversen Technik und keine Ahnung, ich weiß, einer schwierigen Technik, um ein Motorrad zu verkaufen. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem. Aber man kann sagen, es sind schon vollwertige Motorräder. Es sind super, es sind großartige Kraftfahrzeuge. Ich bin ja diesen CE-04, bin ich letztes Jahr 1100 Kilometer im Pendelbetrieb gefahren. Das Ding Tip-Top-Antrieb, die Zero auf Sizilien, auch Offroad gefahren. Das ist ein großartiges Fahrerlebnis. Die Energica jetzt zum ersten Mal dann auf diesem dann abendlichen Silent Rider durch Berlin-Estunde. Ja, also dieses große, starke Elektromotorräder fahren hat irgendwie so seinen Charme, einfach dieser, weil die Dinge einfach Bums haben, das ist nur so Kracht. Ja, eine Sache, Silent Ride hast du gesagt, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf zu sprechen, aber ich bin jetzt auch die Energica gefahren beim Alpenmasters und Silent war das nicht. Nee, nee, die Energica ist tatsächlich nicht sehr Silent, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, und da möchte man mich bitte jetzt aus Italien heraus nicht gleich erschießen, ich glaube, das ist ein bisschen gekünstelt gemacht. Ich glaube nicht, dass ein Elektromotor so kernig so, er läuft ja schon sehr kernig, also ich glaube nicht, dass das unbedingt sein müsste. Es hat so einen gewissen Charme, es erinnert so ein bisschen an so einen knurrigen Vierzylinder, so ein Stück weit. Ja, da werden viele Kommentare da jetzt kommen. Ja, schwierig, schwierig, ich weiß, ich weiß, da werden mich jetzt aus allen Fenstern Leute erschießen. Ja, aber unterm Strich, Silent ist die Energica tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Aber, Mikrofon ganz lassen. Wir wollen ja gar nicht so viel über die Big Player sprechen, es geht ja eigentlich darum, was da so an exotischem, coolen Zeug auch stand auf dieser Messe. Meine erste Notiz heißt Ampersand, Ampersand, wie spricht man es aus? Ampersand, genau, tatsächlich, großartig, also ist, ihr seht es ja jetzt, ist eine furchtbare Kiste. Ist eine, im Prinzip ein alter Afrikaner, oder ist ein neuer afrikanischer Lizenzbau einer alten 125er Honda. Die wird von Ampersand elektrifiziert mit einem austauschbaren Akku, einem riesen 40-Kilo-Teil, kommt da in den Rahmen rein. Und das wird quasi in Ruanda, in Gengasi, in der Hauptstadt, während des Taxis. Also diese Firma bietet quasi in Gengasi Taxifahrern, die hauptsächlich Mopeds fahren, oder diese 125er an, das zu elektrifizieren. Und dadurch mit enorm niedrigen Betriebskosten deutlich mehr Income zu generieren. Also die sind so im Jahr bei knapp 500 Dollar mehr Einkommen, was sie haben, was für deutliche Verhältnisse gut 41 Prozent mehr Umsatz sind, oder mehr Einkommen sind, weil einfach die Betriebskosten von diesem Elektro-Ding so niedrig sind. Und da ist ein, die Jungs kaufen im Prinzip nur das Motorrad für ein paar Dollar, und der Akku ist geleased oder der wird geliehen. Und dann gibt es in Gengasi Tauschstationen, dass wenn der Akku leer ist, das sind so 60 bis 90 Kilometer, fahren die hin, ziehen das Ding raus und machen dann ein Micropayment per Handy, ein Prepaid-Handy. Und dann wird der Akku getauscht und dann fahren die weiter. Das ist wirklich großartig. Ich habe mich mit den Jungs unterhalten. Die haben jetzt schon, jetzt kurz bevor ich dort war, das Tausendste dieser Motorräder da auf die Straßen geschickt und haben es, ich glaube, schon insgesamt 20 Millionen Kilometer damit gefahren. Und so wollen die natürlich versuchen, das A zu etablieren und B einfach zu versuchen, ja, wie weit geht die Technik überhaupt? Wie weit kann ich sie denn ausreizen? Und wie funktioniert sie in solchen extremen Bedingungen? Weil es ist ja kein Klischee, die Straßen, da unten sind ja keine Straßen. Nicht, was wir kennen. Das ist ja schon teilweise sehr roughes Gelände. Und das war tatsächlich auch für mich so ein, ja, ist auch so dieses Highlight vom Ansatz her, Elektromobilität zu betrachten, sondern wirklich nicht irgendwie versuchen, eine Frage zu beantworten, die es gar nicht gibt, wo es gar kein Problem ist, sondern wirklich, hey, da ist ein Problem erkannt worden und die Elektromobilität war die Lösung dazu, nämlich Leuten mehr Einkommen zu generieren in einem vergleichsweise armen Land. Und das ist also großartig, muss ich wirklich sagen, großartig. Schöner Ansatz. Du hast das taffe Gelände dort angesprochen. Großes Problem bestimmt auch Hitze, oder? Also ist das erprobt? Funktioniert das? Wie lange läuft das schon? Du erwischt mich auf dem falschen Fuß. Okay. 2017 haben sie angefangen. 2017 haben sie angefangen damit. Und wie gesagt, die haben jetzt 1.000 Kisten schon am Lauf und 20 Millionen Kilometer Laufstrecke gemacht. Und aber die Idee dahinter ist ja auch, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, die planen irgendwie so bis 2030 600.000 von diesen Teilen auf die Straßen zu schicken. Finde ich jetzt vielleicht ein bisschen sportlich. Dann müssten sie die Rate ein bisschen erhöhen jetzt. Sie müssten also die Schlagzahl deutlich erhöhen. Und aber es gibt ja gerade in Ruanda gibt es noch ähnliche Projekte. Also es ist nicht so, dass ein Presenter die Einzigen wären, die Afrika, die Moped-Taxis elektrifizieren. Es gibt tatsächlich andere Companies, aber die arbeiten auch nicht gegeneinander. Die haben zwar unterschiedliche Systeme, aber die sehen sich im Prinzip eher, in dem Kontext befruchtet sich Konkurrenz noch. Und das ist gut. Das ist gut. Machen wir einen Break und gehen von sinnvoller Mobilität zu dämlichen Sportgeräten über. Polbock fandst du auch gut. Polbock fand ich aus vielen Gründen gut. Muss man erst sagen, ist eine Company aus dem Schwarzwald, die eigentlich angefangen haben, einen eigenen Antrieb zu bauen. Die haben einen eigenen Motor gebaut, ein eigenes Antriebssystem und haben dann gesagt, hey, eigentlich sind wir Off-Roader. Wir fahren viel Motocross, wir fahren super Moto. Lass uns mal ein Motorrad damit bauen. Und das haben sie gemacht. Und in Berlin stand dann quasi der E-Bock 2. So heißt dieses Off-Road-Gerät. Das dürfte dir auch gefallen. Und das Besondere ist jetzt nicht nur, dass es made in Germany ist, bis auf die Zellen, sondern dass das Teil im Prinzip einen Axialflussmotor hat. Also das sind diese sehr schmalen, sehr vom Durchmesser her großen Motoren, die den Vorteil haben, dass sie ein relativ hohes Drehmoment erzeugen und allerdings deutlich kompakter bauen als ein normaler Radialflussmotor, der im Prinzip nichts anderes als eine Lichtmaschine ist, technisch gesehen, also Rotor und Start. Also wir reden jetzt von der Baubreite. Wir reden von der Baubreite und vom Bauraum her und auch vom Drehmomentverlauf her. Das hat mir sehr gefallen, vor allem, weil die damit tatsächlich Rennen fahren, das komplett in Deutschland entwickelt wurde. Wie gesagt, auch der Motor und auch das Akkusystem und auch das Ladesystem und auch die Controller da hinten. Und interessant fand ich, und auch relativ visionär, weil es so ein kleiner, irgendwie so ein Punkt für mich ist, wo ich mit der aktuellen Straßenverkehrszulassungsordnung nicht zurechtkomme, die haben quasi den Motor nutzen, die tatsächlich als Bremse, also nicht so zum Rekuperieren, dass irgendwie mal im Schiebebetrieb ein bisschen Strom generiert wird, sondern tatsächlich über einen Handhebel, der sich anfühlt wie eine Handbremse, den Motor zu bremsen. Die haben gar keine Hinterradbremse mehr an dem Ding. Und das ist ziemlich cool gemacht, weil die das so gesteuert haben, dass das Hinterrad eigentlich nicht blockiert. Also es hat immer so ein bisschen Schlupf. Es rutscht so mit. Und das bringt dir natürlich, wenn du Crossfährst, natürlich den Vorteil, dass du so eine gewisse Stabilität hast. Du hast kein schnelles Ausbrechen, obwohl du das Ding, ich bin es kurz gefahren, relativ heftig verzögert, aber nicht so, dass es hinten einfach blockiert. Die haben quasi ein ABS mit rein appliziert. So gesehen ein ABS, das kein ABS ist, aber es einfach sowieso nicht blockiert. Eigentlich, also das war dann, das hat mich schon, fand ich schon ziemlich cool, das Ding. Und wie ist es von den Dimensionen? Also ich kenne jetzt so die Cake-Motorräder und die Surons zum Beispiel. Das steht alles immer so ein bisschen zwischen richtiger Enduro und E-Bike, E-Fahrrad. Das sind immer so die 70, 80 Kilo Klasse. Die machen Offroad ja richtig Spaß. Jetzt wiegt das Motorrad 120 Kilo. Wie ist das, also womit kann man das vergleichen? Wo tritt das an? Im Prinzip tritt das an gegen vier, ja, gegen drei Fünfziger, vier Fünfziger, vier Taktor, zwei Taktor. Hat 30 kW Leistung, also 41 und klein Gramm PS. Also ist schon relativ stark. Hat natürlich aber halt einen Gewichtsnachteil von so, was wiegt eine vier Fünfziger, vier Taktor? Wenn es gut läuft, so 105, ja. 105 bis 110 Kilo, je nach Modell. Da wiegt die natürlich zehn bis 15 Kilo mehr. Aber da kommst du da vielleicht halt auch ein Stück hin. Polbock baut es halt selbst. Der Stahlrahmen ist halt dann noch Doppelschleife, weil der Motor halt nicht mittragen oder der Akku nicht mittragen integriert werden kann. Das sind natürlich Dinge, die jetzt dich beim Gewicht hinten dran werfen. Und natürlich ist halt auch ein Chromoli-Rahmen, der kann natürlich nicht auf Stand von KTM sein, die das ja über die Jahre jetzt schon in Anführungsstrichen perfektioniert haben, Chromoli so leicht zu bauen oder einen Stahlrahmen so leicht zu bauen, dass er fast so leicht ist wie Alu im Prinzip. Da kann noch was gehen, aber grundsätzlich ist es natürlich schon toll, den Offroad-Sport zu elektrifizieren, weil da sind ja, da ist ja Lautstärke und Abgas im Prinzip mit das Kill-Kriterium für alle Rennstrecken da draußen. Warum werden die Dinger geschlossen? Weil die Anwohner in der Nähe sich beschweren, dass die Kreissägen, Zweitakter und die großen Vierfünfziger da irgendwie zweimal die Woche plus am Wochenende rennen. Also richtig laut, die Dinger sind ja laut, ist ja keine Frage. Definitiv, ja. Auch gerade, also im Supermotor-Bereich sehe ich da schon auch Potenzial, weil das findet ja auch oft so auf Verkehrsübungsplätzen und kleinen Kartstrecken statt, da, wenn man da niemanden stört. Super perfekt, also tolles Konzept. Wir gehen aber zum nächsten Motorrad, was dich, glaube ich, auch fasziniert hat, Metaubike. Sehr cool. Komplett sinnlos, aber super geil. Es sieht schon saukool aus, muss ich sagen. Sieht saukool aus und das ist so der, ein interessanter Aspekt, weil es so gewisse Dinge miteinander verbindet. Also A, erst mal die Elektromobilität per se, dann eine Elektromobilität rein für die Stadt, auch sinnvoll, meiner Meinung nach und dann der Ansatz, Dinge zu nehmen, die schon da sind und zu elektrifizieren. Also dieser sehr charakteristische Rahmen mit dieser, mit dieser Biegung ist von einer alten Puch AX40, Mofa-Rahmen im Prinzip. Der Akku in der Basis-Ausstattung, das sind alte Akkus von VW, die die nicht mehr benutzen, die ausgetauscht werden, aber die Zellen sind noch gut. Das heißt, die nehmen dann einfach einige Zell-Stacks und machen da ihren kleinen Akku mit raus und packen den oben rein. Also so der Ansatz, ein edles elektrisches Custom-Bike kleines zu bauen, einfach mit Dingen, die schon da sind. Das könnte für mich so eine Definition von nachhaltig sein, ein Stück weit. Also jetzt schon so ein Recycling-Motor. Ein Stück weit, ja. Aber es ist halt aber auch handwerklich extrem, wirklich schön gemacht, hochwertige Materialien, die Sitzbank ist aus Eichenholz geformt. Ergibt natürlich gewichtstechnisch ganz wenig Sinn und hat natürlich auch null Vorteile, aber es sieht einfach endgeil aus. Auch tolles Konzept, interessant, was die da gemacht haben. Das war ein Stück weit auch, glaube ich, das Highlight auf dem Reload mit ihrem Soundgenerator, den die da unten drin haben, diese komische Blase da unten. Wo wir gerade bei sinnlos sind, ja. Wo wir gerade bei sinnlos sind. Da kommen dann vorprogrammierte Sounds raus, die an den Canbus angeschlossen sind. Sprich, die reagieren darauf, wie viel Gas ich gebe oder wie schnell ich zumache mit Hochschalten und Runterschalten und Zwischengas. Und das Ding kann wie ein V12 klingen oder wie eine durchstartende, auch vorabgehende Enterprise. Also, komplett sinnlos, aber deswegen eigentlich schon wieder cool, weil es natürlich auch in diesem 50er-Konzept, weil es ist nur eine 50er, ich glaube, genau 2 kW Leistung, also 2,72 PS, fährt auch dann entsprechend nur 50 und halt auch nur in der Stadt. Und aber so in dieser Skurrilität dieses ganzen Konzeptes ist es einfach so schön rund geworden. Und natürlich auch mit dem Ansatz, dass jetzt keine neuen Zellen zu nehmen, sondern das, was schon da ist. Und das war schon sehr angenehm. Und ich glaube, das, was man so sieht, man konnte diese ganzen Teile ja auch Probe fahren, wahrscheinlich mit das meist probegefahrene Fahrzeug da drauf. Okay. Nachteil, es geht halt erst mal so bei knapp über 7 los. Also 7.000 Euro. Für so einen 50er-Ler jetzt schon? Das ist für einen 50er-Ler schon mal eine Ansage. Es ist dann natürlich so ein nettes Accessoire, so wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo in Hamburg oder Berlin sowieso jetzt nicht ganz genau weiß, wohin mit der Kohle. Und ich habe im Loft mit privatem Aufzug noch ein Stellfleckchen frei neben meinen vier Fahrrädern und Porsche unten in der Garage. Und dann passt natürlich so eine Meta-Bike da ganz locker noch dazu, weil es halt auch kaum was wiegt. Also sie kann auch mit in den Fahrstuhl. Und so, wenn ich nicht darauf angewiesen bin, mobil zu sein, ist die Meta-Bike wahrscheinlich mit das Geilste, was ich elektrisch fahren kann. Interessantes Fazit. Was ich noch interessant fand oder cool fand, war, dass sie dieses Keyless-Go-System mit so Karten gelöst haben. Ja, genau. Das ist natürlich ein Ding, was sich jeder Motorradfahrer eines Keyless-Go-Motorrads irgendwie wünscht, dass es endlich mal praktisch wird und so eine Karte ist ja perfekt, oder? Genau. Ist dann tatsächlich wie so eine Checkkarte und die wird wie im Hotel unter die obere Gabelbrücke geschoben. Da ist so ein Slot und dann wird das Ding scharf geschaltet und ziehst die Karte wieder raus und packst dir einen Geldbeutel und packst einen Geldbeutel weg und dann fährt das Ding. Aber ist nicht so wie bei den Hotelkarten, dass wenn man die mit dem Handy in die Tasche tut, dass sie sich dann entlädt, oder? Nee, das glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass es wie im Hotel ist, dass man in Wirklichkeit einfach nur eine Visitenkarte reinschieben kann, dass eine Schalldecke drückt ist. Ich glaube, das ist so auch nicht. Das ist schon personalisiert. Wäre dann ein Versuch wert. Wäre dann ein Versuch. Wenn ich mal eine sehe, würde ich einfach mal eine Visitenkarte von mir nehmen und mal gucken, ob die Kiste rennt. Gut, wir gehen weiter. Ein weiteres Highlight, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Steal Ride. Oh, großartig. Also wenn man... Hm, mein erster Gedanke war Origami. Ja. Wenn Ikea Origami aus Metall machen würde, wäre es die Steal Ride. Weil das Design ist schwedisch und es ist... Im Grunde ist dieses Fahrzeug jetzt nichts Großartiges. Aber wie sie dieses Fahrzeug bauen, das ist tatsächlich großartig. Im Ende des Tages ist es ein Elektroroller, Elektro 125er. Das ist jetzt irgendwie die elektrische Zweiradität nicht neu erfunden. Aber wie sie das Ding bauen, das ist schon ziemlich geil. Weil diese beiden Wangen aus Metall, das ist halt natürlich jeweils tatsächlich ein Stück und auch nicht geschweißt und auch nicht irgendwie dann verschliffen oder so, das ist wirklich ein Stück Metall, was quasi vorgeformt wird. Und das Interessante ist, da muss man jetzt genau hingucken, du hast hier oben und unten, hast du ja in diesem Durchstieg, hast du so eine ganz schmale Falz von nur so drei, vier, fünf Zentimetern. Und das ist im Prinzip die Hauptknickachse. Also an diesen beiden Achsen wird dieses ganze Teil geknickt und der Rest der Form beugt sich, im wahrsten Sinne des Wortes, diesen beiden kleinen Knicks. Und das ist großartig. Und fertig gemacht wird es im Prinzip in einer Form mit einem Roboter, der das Ding auswalzt im Prinzip. oder so reinwalzt, also nicht so wirklich warmwalzt, dass es nochmal in der Dimension einfach in dieser Form mit reingewalzt. Und das klingt unfassbar aufwendig und teuer. Ich glaube, das wird auch mal teuer. Obwohl auf der anderen Seite schreiben sie aktuell nur, dass sie irgendwann mal so von 15.000 ausgehen. Ich glaube, ich muss da noch ein Fragezeichen dran machen. Das glaube ich nicht so ganz. Und auf der anderen Seite, ich habe mich sehr lange mit dem Kollegen unterhalten, der dieses ganze Growth- und Industrialisierungsprojekt da von denen leitet. Und die wollen im Prinzip das ganze Ding so aufbauen, dass ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Amerika lebe und wir so ein Ding haben, dass ich das gar nicht in Schweden bestelle, dass das aus Schweden zu mir geliefert wird, sondern dass in Amerika SteelRide einen Partner findet, der das Ding für mich dort baut. Also die Industrialisierung, der soll in den einzelnen Ländern, das wird ja dann technisch gesehen oder rechtlich gesehen nicht importiert, sondern im Prinzip dort gebaut mit einem Industriepartner vor Ort. Das finde ich, ich weiß also nicht ganz genau, ob das nur fancy klingt oder ob da dann tatsächlich auch so eine Art von Nachhaltigkeit hinten dran steht. Ich bin mir unsicher, woher es da auch genau schießt. Aber wie gesagt, das ist ein Start-up und das, was ich da gesehen habe, war noch der Prototyp. Hat man auch gesehen an den, an dieser ganzen Lenkeinheit vorne mit diesem Ochsenjuch. Das war noch aus dem 3D-Drucker, also aus dem Metalldrucker, aus dem Laserdrucker. Und das soll später auch mal per Hydroform hergestellt werden. Und da bei beiden sehe ich so, das, was ich über Metallbearbeitung und diese Arbeitsmethoden weiß, glaube ich nicht, dass das so trivial ist, dass das jeder mal so locker machen kann. Da gehört, glaube ich, ein bisschen mehr dazu, als nur der pure Wille, Hydroforming herzustellen. Das glaube ich auch. Ja, der Wille ist bei sowas ja immer groß. Realistische Einschätzung, wann sehen wir sowas auf der Straße und sehen wir es überhaupt? Realistisch? Ich glaube nicht. Es wäre schön, aber es löst natürlich auch 0,0 Probleme. Das Ding ist auch so eine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat. Wer zu viel hat, für den ist das natürlich egal, weil das Ding sieht wirklich toll aus, ist cool gemacht, ein geiles Styling. Wenn ich schon alles habe, dann möchte ich auch eine Steelride haben. Wenn du zu deinem Metaubike dann noch... Also wenn ich eine etwas stärkere Alternative zu meinem Metaubike brauche, dann kaufe ich eine Steelride. So, damit ist der Anwendungsfall, denke ich dann klar. Theoretisch. Und auch die Zielgruppe ein Stück weit. Aber das ist okay. Man darf ja in alle Richtungen streuen. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen aber zum nächsten weitergehen. Ja. Ich weiß nicht, Brecker spricht man es aus, oder? Brecker, ja. Cooles Konzept aus den Niederlanden gibt es als 25er und als 50er. Und das sieht man ja auch, da steht natürlich ein Stück weit auch das Design ganz vorne dran, mit diesem, ja, fast schon... Schon wieder Ikea, oder? Im Prinzip ja. Also ein sehr geradliniges Design mit so einem Hauptrahmen, Radnahmemotor, aber zwei entnehmbaren Akkus, die zusammen gute, ich glaube, 140 Kilometer Reichweite bieten, was ja jetzt eigentlich für so eine Kiste gar nicht so wenig ist. Ob ich die jetzt mit 50 jemals tatsächlich leer fahre, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber so ganz cool gemacht und halt, aber wenn ich mir sowas in so einem coolen Amsterdam oder Kopenhagen oder gerne auch Berlin oder Hamburg vorstelle, ich glaube, da sind solche, ist so ein Ding zu Hause. Damit kommst du überall hin. Das fällt, das fällt ein Stück weit auf, fällt aber auch nicht so weit aus der Reihe, dass es, wie jetzt zum Beispiel in Berlin gesehen haben, dass da, wenn man mal so die Straßen entlang gefahren ist, dass da viele, viele Roller umgetreten werden. Aber nur die elektrischen. Um mal so eine... Tatsächlich, ja. Um mal so eine Stimmung darzustellen. Und bei der Brecker, das ist eigentlich ganz cool, man sieht es ja auch, ich trage ja die ganze Zeit so ein komisches, orangenes Teil mit mir herum. Das ist im Prinzip, das sind so austauschbare Seitenpaneele. Also ich könnte mir im Prinzip jeden Tag eine neue Brecker zusammenbauen, einfach mit vier Schrauben tauschen und dann habe ich im Prinzip eine neue Karosse. Kann ich dann auch auf meine Schuhe abstimmen sozusagen? Kannst du auf deine Schuhe, deine Omega Sea Master, deine Kappe, kannst du das wunderbar, deine Brecker darauf abstimmen. Großartiges kleines Konzept und eigentlich auch gar nicht so teuer. Wobei das unterm Strich, man sollte, ich glaube ich, Elektromobilität noch nicht ganz genau mit dem Preisschild verhängen, weil das kommt immer eine ganz, ganz schiefe, kommt ein schiefes Verhältnis bei raus. Ja, ich glaube, in das Thema steigen wir jetzt mal nicht tiefer ein. Also man hört jetzt ja raus, das war schon irgendwie alles cool. Man kann da über Sinnhaftigkeit streiten, man kann sich überlegen, wird das überhaupt jemals funktionieren, ist das ein cooles Konzept oder nicht. Aber im Grunde war alles ganz schön. Jetzt hast du aber schon angekündigt, es gab auch grauselige Flops oder wirklich ähnliches. Ja, wirklich grausig. Und wer auf motorradonline.de ab und zu mal surft und das macht jeder ein oder andere, wir schreiben ja relativ viel über chinesische Hersteller. Und dass da ja dann auch mal ganz gern klischeehaft über schon mal gedacht wird, ja, das ist ja eh alles Schrott, was die da zusammenbauen kann und Hosen hebt nicht. Und bisher war ich eigentlich ein bisschen davon überzeugt, dass das sehr viel Klischee ist. Leider habe ich auf Reload lernen müssen, dass es zumindest im Fall von der TinBot RS1 kein Klischee ist, weil das Ding ist wirklich ein grausig zusammengeschraubter Haufen. Aber so auf den Bildern, das sah jetzt erstmal ganz cool aus. Genau. Und sie sah eigentlich, von der Ferne sieht die auch cool aus. Auf den Bildern sieht sie cool aus. Und auch als ich sie zuerst dann auf der Intermont letztes Jahr sah, von der Ferne und von der Idee her sah sie cool aus. Nur man sollte um Gottes Willen nicht so genau hinsehen. Interessant ist die TinBot deswegen, weil die Kollegen in China sich gedacht haben, wir brauchen nochmal eine ganz exotische Art und Weise, das Hinterrad anzutreiben. Sie hat ja einen Mittelmotor, das ist ja schon mal gut, Radnabenmotoren, schwierige Nummer. Aber sie haben dann gedacht, ja, Zahnriemen gibt es schon, Gliederkette gibt es auch, komm, wir nehmen mal eine Zahnkette. Also im Prinzip das, was eine Steuerkette vom Verbrenner ist. Klingt unpraktisch. Muss man schmieren, oder? Man muss es theoretisch schmieren, also sehr, sehr viel schmieren, weil Zahnketten technisch nicht gedichtet werden können. In so einer Gliederkette sind ja quasi Außenglied und dann kommt dicht drin, Fettpackung drin und dann ist das Ding normalerweise dicht, ein paar 10.000, 20.000, 30.000 Kilometer. Aber eine Zahnkette, die kann einfach technisch nicht gebaut werden, dass die abgedichtet ist. Sprich, du musst sehr, sehr viel schmieren und genauso hat die Kiste auch ausgesehen. Also da hast du, außen, da war dann schon so ein leichter Ölfilm drauf und ich glaube, da sie nicht gefahren ist, aber sie ist nur gerollt worden, ist es trotzdem schon ein bisschen rumgespritzt. Warum sie jetzt eine Zahnkette nehmen, man hat es mir versucht zu erklären, im Englischen wird eine Zahnkette gerne als Silent Chain betitelt und ja, rein theoretisch müsste sie sehr, sehr leise laufen, was sie auch tut. Nur, ob das jetzt der Grund, warum sie genommen haben, weiß ich nicht, weil wenn man nämlich mal reinguckt, sieht man das zwischen dem Hauptrahmen, wo der Motor drin sitzt und quasi die Flucht vom Getriebeausgang, da ist kaum Platz. Da würde gar kein Zahnriemen reinpassen. Dann haben sie noch die Probleme, oder nicht die Problematik, sie haben es halt konstruktiv nicht so gelöst, dass sie ein Zahnriemen nehmen können. Zahnriemen bietet sich natürlich dann an, wenn du einen koaxialen Getriebeausgang hast, sprich der Schwingendrehpunkt und der Motor und das Getriebeausgang sind koaxial deckungsgleich. Dann hast du durch die Raderhebungskurve hast du keine zusätzliche Spannung. Das geht natürlich nicht, wenn der Motor 10 bis 15 Zentimeter seinen Getriebeausgang weiter vorne hat. Du hast eine relativ starke Spannungsveränderung, eine relativ starke Spannungsveränderung im sekundär Triebmittel und deswegen haben sie Gliederkette haben sie auch nicht genommen, weil die auch zu breit bauen würde und auch zu laut wäre. Also ich finde diese ganze Konstruktion irgendwie fancy auf den ersten Blick, aber wenn man dann, wie gesagt, genau hinguckt, die Schweißnähte, also keine Ahnung. Ich bin, weiß Gott, kein guter Schweißer, das hätte ich auch noch zusammengemurkst, glaube ich. Und ja. Also es hört sich ein bisschen so an, als hätten die sich ein cooles Konzept überlegt und am Ende dann festgestellt, oh fuck, das muss ja zum Hinterrad. Ja, theoretisch ist das, technisch ist auch cool, es hat einen vergleichsweise großen Akku, es hat einen Typ-Zweiladestärker, sprich ich könnte eigentlich an die Wallbox gehen, was ich auch kann, nur es gehen halt trotzdem nur 2,3 kW in den Akku rein. Ein 11 kW Akku ist dann halt in 5-6 Stunden voll. Da stehe ich halt in irgendeiner Wallbox rum. Also im Grunde, sie haben versucht, das irgendwie gut zusammenzumachen und auch interessant zu gestalten und auch mit großen Zahlen zu intermauern, aber das Ding, was da vor mir stand, Fuh bauen. Nochmal drüber nachdenken. Ganz dringend drüber nachdenken und dann die Kohle, weil wir reden ja auch über 8.700 Euro, glaube ich, für das Ding. vielleicht doch noch mal anders investiert als in eine Tinboot RS1. Sorry to say. Und natürlich, es ist natürlich auch ein Problem, wie komme ich denn bitte als Hersteller auf die Idee, auf so ein Event in Prototypen hinzustellen und dann Leute dazu zu stellen, die keine Ahnung von dem Ding haben. Das kann nicht, das kann nicht gut werden. Und da kommen wir auch ein Stück weit zu, gefühlt zu dieser Problematik, die chinesische Hersteller allgemein in Deutschland haben oder auf dem Motorradmarkt, dass sie der Meinung sind, dass sie ihre Motorräder aufgrund des Preises verkaufen. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich brauche einen Ansprechpartner dazu. Und wenn ich halt keinen Importeur habe, sondern einfach in Anführungsstrichen Händler, die das Ding so mitverkaufen, ich zweifle stark am Geschäftsmodell. An alle chinesischen Motorradhersteller, falls ihr einen Marktentwickler sucht, hier sitzt er. Für ganz viel Geld. Consultant kannst du auch für mehrere dann arbeiten. Ja, ja, ja. Kein Problem. Gut, aber bist du chinesisch beim Silent Ride dann auch gefahren am Ende? Nee, tatsächlich, den Silent Ride bin ich dann, wie gesagt, auf der Energica Xperia gefahren. Und das war eigentlich schon ein sehr intensives Erlebnis aus mehreren Gründen. Zum einen bin ich schon sehr, sehr lange nicht mehr von Passanten in einem riesigen Pulk von, wir waren insgesamt 70 Motorräder, also elektrische, einfach nur angelächelt worden, weil sie es nicht lächerlich fanden, sondern wirklich so, dass es die Leute erfreut hat. Diese komischen, diesen bunten Haufen, weil, wie gesagt, die Zero sind mitgefahren, die Energica, die BMWs, die, ähm, die Brecker sind mitgefahren, die, ich glaube, die Schwalben sind auch mitgefahren, die elektrifizierten. Also es war so eine richtig schöne, bunte Mischung und die Leute waren wirklich fröhlich, uns zu sehen. Aber 70 Elektromotorräder sind halt auch nicht leise. Es ist halt nur ein anderer Klang. Es ist halt, du hattest ja auch beim Alpenmasters gesehen, das lauteste Motorrad im Pass-By-Test war die Energica Xperia. Und, ähm, das, die Masse macht es dann am Schluss des Tages. Aber trotzdem war es sehr schön, sehr interessant. Äh, die Klimakleber waren nicht da, die wussten anscheinend, dass sie kommen. Okay. Hättet ihr auch dran vorbeifahren können. Genau, wir waren ja auch leise. Das war schon, das war mal wieder ein schönes Erlebnis. So sich als Motorradfahrer ein Stück weit willkommen gefühlt zu haben. Gibt's auch selten. Schön, ja. Vor allem in urbanen Gebieten. Vor allem in urbanen Gebieten. Ne, im Grunde ein sehr schönes, sehr schöner Event. Ziemlich rund. Bisschen nerdy. Also man muss dann schon irgendwie da auch mitmachen, drin sein wollen und mitmachen wollen. Was bei Verbrennern ja aber auch wieder nichts anderes ist. Was bei Verbrennern auch im Stück. Man ist halt Nerd auf eine andere Weise. Man ist Nerd auf eine andere Weise. Und man ist weniger. Also die, die, die Nerd-Gruppe ist natürlich ein bisschen kleiner. Und, ähm, ja, und dann einfach abgerundet noch durch diese, teilweise sehr spacigen Custom-Bikes, die dann gezeigt wurden. Also die, klar, die, die Live-Royer vom Jens von Braug, die kennt man. Aber wenn man sie dann live sieht, das ist einfach, das ist einfach ein richtig cooles Motorrad geworden, so wie der es gemacht hat. Oder dann diese aktuell bei Mobile für 384.000 Euro angebotene Tardigrad von, von, ähm, von Hucki, die war da, dieses Mondfahrzeug oder alle möglichen Custom-Bikes, Sprint-Racer, dieser, das war, wo man einfach dann auch so gedacht hat, okay, das ist jetzt tatsächlich auch in, es ist jetzt nicht nur eine Bubble, sondern es ist auch eine Szene. Das war schön zu sehen, weil das einfach wirklich hat, so in, die alle Facetten gefühlt für mich abgedeckt waren, was, wie man heute zweirädig Motorrad fahren kann. War cool. Wunderbar, sehr schön. Ich denke, damit können wir den Nerd Talk, das Stromgespräch dann schließen. Ich glaube. Du glaubst, ich denke, wir haben nichts vergessen. Ähm, ja, wir freuen uns über einen Daumen nach oben und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Reloadland. Du gehst mit. Oh. Ja, okay. Bis dann, ciao. 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 Vielen Dank.